Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem Video der etwas anderen Art. Ihr seht da zum Beispiel gerade meine Couch und darum geht es auch. Eigentlich relativ. Oh ja, mit. Wartet mal. So. Nicht wundern, dass da jetzt eine Decke ist. Jetzt komme ich hier nicht hin. Wir liegen nämlich gerade auf der Couch, meine Freundin und ich und ja, gucke einen Film. Aber es geht hier drum. Hier steht ja eigentlich mein Laptop-Halterung, also mein Laptop-Tisch und mein Laptop drauf und das ist jetzt alles weg. Keine Maus, nichts, kein Kabelei. Wirklich eine schöne große Couch, einfach nur für uns. Und das ist jetzt alles mein neuer Stuhl. Geil, oder? Absolut Hammer, das Ding. Muss ich mal ein bisschen weg schieben. Es geht jetzt darum meine neue PC-Ecke. Jetzt habe ich sozusagen auch Platz für ein PC. Jetzt steht mein Laptop da, also die nächste wird dann wahrscheinlich irgendwann mal ein PC sein, wenn ich es mir leisten kann, um die Videos schneller und besser bearbeiten zu können. Ja. Und Couch ist Couch. Tisch ist Tisch. Der sieht jetzt noch ein bisschen vollgepackt aus. Hoppala, jetzt bin ich hängen geblieben. Logischerweise. Ach Mensch. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Umräumen. Ja. Und jetzt kommt da ein bisschen Ruhe hin. Der Grund ist deswegen, dass ich eine räumliche Trennung schaffe zwischen, also ich konnte nur noch eine Halterung für meinen rote Podcast dann. Was an dem Tisch festgemacht wird, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und werde euch da berichten, wie ich das gemacht habe und warum und weshalb. Ich kann den Laptop-Tisch auch jederzeit rausholen. Wartet mal, den kann ich euch jetzt zeigen. Der ist nämlich da unten drunter. Ja. Den will ich ohne. Da ist da. Seht ihr jetzt ein bisschen. Den will ich ohne wegschmeißen oder irgendwas dergleichen. Der kommt dann wieder her, wenn ich live streamen. Aber auch nur für die Zeit, wenn ich live streamen. Der Grund ist deswegen, ich und meine Freundin, wir wollen eine räumliche Trennung machen. Also nicht ich und meine Freundin. Also jetzt hier zwischen Arbeit und Privatbereich. Arbeit und Wohlfühlzone. Weil ich hatte mir das alles eingerichtet, wie meine Freundin sagt, in eine gemütliche Ess- und Wohlfühl-Arbeitszone. Alles kombiniert. War auch super eigentlich. Aber es lädt natürlich dann auch extrem zu ein, wenn ich auf der Couch sitze und einen Film gucke oder wenn ich mit meiner Freundin auf der Couch sitze und einen Film gucke oder wir liegen und kuscheln und gucken einen Film oder Nachrichten oder was weiß ich. Es lädt dann halt immer dazu ein, weil der Laptop die ganze Zeit läuft. Ich mache den frühs an und mache ihn aus, wenn ich abends ins Bett gehe. Wenn dann bing, Nachricht kommt, Frage beantworten, E-Mail beantworten, dies beantworten, jenes beantworten. Das lädt dann halt ein, dass ich es ständig mache. Und ich möchte eigentlich die Zeit genießen, wenn meine Freundin da ist und auch wenn ich tagsüber unterwegs war oder einfach mal meine Serien gucke oder meinen Film gucke zum Entspannen, dass ich auf der Couch liege oder sitze. Ist ja überhaupt wie ein Sprung. und einfach diese Trennung habe und kein Laptop neben mir habe, wo ich sage, ach die Frage kannst du noch schnell, die E-Mail kannst du noch schnell und dann kriegst du vom Film nichts mit und das ist nämlich keine Entspannung. Dass ich dann sage, da ist meine Arbeitszone, da setze ich mich hin, ich beantworte E-Mails, ich beantworte Fragen, alles drum und dran und bearbeite meine Videos und dann setze ich mich hier hin, gucke, filmen und entspanne und relaxe. Und deswegen, ich hoffe ihr seid mir da auch nicht böse. Das ist auch nicht böse gemeint, ich will weiterhin Fragen beantworten. Aber wenn du früh aufstehst und bis in die Nacht hinein oder abends Fragen beantwortest, E-Mails beantwortest, dann gehst du ins Bett, ich habe ja auf Handy auch mein Google Konto drauf und dann kommen dann da noch Fragen und du liegst im Bett und guckst einen Film zum Einschlafen oder eine Doku zum Einschlafen und dann kommen noch Fragen und du beantwortest die oder beantwortest die nicht. Oh, warum antwortest du nicht? Ja, das ist dann echt stressig. Und das haben wir jetzt gemacht, um ein bisschen Ruhe hinzukriegen. Ich musste zu meinem Glück überredet werden. Meine Freundin hat das alles initialisiert, weil die sieht ja auf, wie fertig ich bin. Und das war da dann so Familienleben, Arbeitsleben, Familie, Arbeit. Und dass ich dann auch ein bisschen runterkomme und dass wir auch ein bisschen Zeit für uns haben und vor allen Dingen die Entspannung. Weil von früh bis abends Nachrichten beantworten, da kommst du nicht zum Entspannen. Und ein bisschen Privatsphäre und ein bisschen Privatleben wäre echt nicht schlecht, weil ihr seht, ich sehe auch ein bisschen fertig aus. Weil das schlaucht in letzter Zeit schon. Aber ich werde auf jeden Fall Fragen weiter beantworten. Also da brauche ich da keine Angst haben. So, das soll es jetzt zu dem etwas anderen Video gewesen sein. Ich halte euch über die PC-Ecke auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob ich mir irgendwann eine PC kaufe und wann das ist und was für ein PC. Und ich hole mir das rote PSA1, so heißt die Halterung. Und wenn ich da ran machen, dann kann ich das nämlich auch trotzdem noch zur Couch machen, wenn ich da einen Livestream mache oder so. Also dafür habe ich wenig extra Vorsorgung. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Könnt ruhig in die Kommentare posten, wie ihr das findet, diese Trennung zwischen Wohlfühlzone und Arbeitsbereich. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht zu sehr böse, dass ich dann auch mir so am Tag ein paar Stunden nehme, wo ich sage, ich bin ich und kein YouTube und kein nix. Einfach nur Film gucken oder einfach so, was weiß ich, mal eine halbe Stunde kurz irgendwie Tetris zocken, um runter zu kommen, ohne zu streamen oder irgend so was. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu sehr sauer auf mich oder so. Ich würde mich dann jetzt erstmal hier verabschieden. Ihr Koffer hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ihn da oben da, wenn es euch gefallen hat. Ahoi. Sagt euer Odin. Wenn es euch gefallen hat, dann geht euch dieser Koffer. Dann kommt dann auf dem Karton. Bye und dann. Bye.